hallo und willkommen zurück zu reisen forbidden west so in der nähe haben aufgehört ich bin hier nur zum lagerfeuer gestopft und habe gespeichert ansonsten ist nichts passiert und dann schauen wir mal ein fragezeichen voraus da zumindest das haben wir entdeckt anscheinend nicht und was ich am ende der letzten episode rausgefunden habe die welt die welt ist riesig schaut mal so groß ist es und es wird noch viel abgefahrener schaut euch dieses riesen ding an das ist gigantisch also so sieht aktuell die map aus da freue ich mich natürlich ganz besonders aufs erkunden so von denen haben wir wirklich genügend ausgeschalten ich will jetzt mal eine andere art von dino ausschalten mal sehen ob das klappt so da haben wir noch in 400 metern nächste quest hier müssen irgendwo dino sein und das natürlich noch das fragezeichen wahrscheinlich ganz da oben da gehen wir erstmal nicht hoch wir haben viel zu tun heute erstmal natürlich stein aufheben sonst klappt nix also auch noch mal stein nehme ich mit reinholz durfte man genug haben glaubt das ist sollte ich habe keine ahnung was das ist entweder das soll schnee sein sieht mehr wie baumwolle aussieht nicht wie schnee aus ein baumwolle macht ja auch keinen sinn naja wären sie schon was bei gedacht haben alles gut alles gut alles gut kollege so du hast schwachstellen der sauren art profit zumindest ganz käme dich mal ich habe keine schock munition kann den höchsten schockieren indem ich ihn sauer mache na also die teile abschießen bringt echt viel ja damit er damit wir brauchen doch alles ohne ich habe jetzt geld punkte die müssen wir irgendwann auch mal einsetzen sonst bringen die ja gar nichts so normale feine würde ich sagen werden angebracht einmal hinten auf dem container noch mal der fällt ja gar nicht ab wo willst du hin kollege aber nicht gut erwischt würde ich mal sagen kommt schon okay den haben wir gut erwischt und mit schmackes das tat wie und noch mal die halten ganz schön viel aus naja wir haben es geschafft das waren noch nicht die gefährlichen diese mit den vier teilen auf dem rücken aber trotzdem bin stolz auf uns dass wir die schon mal ausschalten können und fertigkeitspunkte plus zwei dann haben wir sechs insgesamt wenn ich das richtig deute die zahlen die da gerade dran standen dann schauen wir mal erstmal haben wir hier was einzusammeln ein horn da werde ich immer so horny nee eigentlich nicht vielleicht ein bisschen so reinholz rein ins ins winter rein ins inventar ein zungenbrecher zumindest für mich warum auch immer so da gehen wir kurz in den busch und dann würde ich sagen lernen wir mal ein bisschen was nicht hier nicht hier was war es f9 dämlicher dämlicher ding dafür den ich festgelegt habe sonst gilt punkte sehe ich die hier auch irgendwo glaubt dass da die sechs stück jägerin was braucht man denn tiefe konzentration konzentration wird langsamer verbraucht die verwendung wird verlängert auch nicht schlecht stelle konzentration schneller wieder herr könnte man machen was ist das fernkampf meister stärke deine entschlossenheit und verursache für begrenzte zeit mehr schaden mit fernkampf waffen was gibt es hier noch alles so schönes dreifach schuss oh den hätte ich natürlich gern den hat man letztes mal schon freigeschalten werkbank expertin okay das braucht mal alles aber wir müssen wahrscheinlich erstes dreieck da freischalten was gibt es denn hier bei dem survival ding wirksame medizin heilende bären bewirken mehr und schnellere heilung nehmen doch erstmal das so wie ich kämpfe ist gesundheit immer das wichtigste niedrige gesundheit regeneration stelle gesundheit automatisch schneller wieder her wenn du in kritischem zustand bist und niedrige gesundheit verteidigung halte mehr schaden aus wenn deine gesundheit kritisch ist okay das ist beides eigentlich sehr sinnvoll wir nehmen zuerst hier das mit der regeneration ja würde ich gern wunderbär dann sichtbarkeit brauche ich gerade nicht das war eine verteidigung er leider auf einer reitmaschine weniger schaden na gut das nehmen wir zuerst glaubt hier können wir dann auch lernen wie wir andere überbrücken beziehungsweise dafür muss man ja so schreine finden war zumindest in zero dawn zu mal sehen wie das hier klappt aber das überschreiben ist trotzdem wichtig das sieht ja richtig aus wie so ein kleiner t-rex hier im vorschaubild das gefällt mir dauerhafte überbrückung verlängere die zeit die eine maschine überbrückt bleibt das wollen wir auf jeden fall wenn sie schon gehackt ist soll sie auch uns gehören stachelfalle feuere ein stachel der bei aufprall auf einer oberfläche zu einer falle wird nach kurzer verzögerung wird sie aktiv verbraucht einen moment okay okay weiß nicht ob man das unbedingt brauchen teilbrecher verursache dank dem speziellen modus in deinem fokus mehr schaden an maschinenbauteilen und schwachstellen auch nicht schlecht maschinenschaden okay überbrückte maschinen verursachen das ist eher sinnvoll wenn man mehr überbrücken können müssten ja eigentlich die reittiere sollten wir schon überbrücken können stiller schlag verursacht mehr schaden freue ich gerade nicht was ist das noch mal fernkampf dann macht man dadurch tiefe konzentration her damit und dann hier konzentrations regeneration hohe salve waffentechnik feuere eine nach oben gerichtete pfeil salve ab die auf deinen gegner niederregnet verbraucht einen momentan ausgewählten pfeil typ und eine mittlere menge an waffen ausdauer das verbraucht mein momentan das verbraucht alles okay kein wunder steht hier so viel reinholz rum na gut wir sind erst mal mit fertigkeiten bedient dann wollen wir mal schauen wo wir überhaupt hin müssen und dazu würde ich im drücken hier sehen wir natürlich auf der karte auch noch schöne sachen blockierter weg fehlen das werkzeug da ist eine lagerfeuer das kämmer schon versunkene höhle der östliche schreckenausgang glaube ich ist es da wäre natürlich noch ein lagerfeuer die wir mal in die richtung da ist es gerade aktiv wo wegpunkt wo ist mein wegpunkt oben auf ein kompass auf dem kompass sehe ich den gar nicht da sehe ich lauf mal in die richtung vielleicht findet man noch relativ cooles zeug ansonsten macht man gleich weiter mit der haupt quest oder mit einer nebenquest war der fluss sieht ja so schön grün aus hoffentlich nicht giftig aber das ist genial ein lagerfeuer hammer entdeckt gibt es ja auch böse menschen sieht nicht so aussieht alles ziemlich tot aus was ist hier was ist hier los einmal schnell speichern irgendwas für mich hier sieht nicht danach aus komisches camp na gut wird vielleicht in der nebenquest oder hauptquest noch relevant dann schauen wir noch mal auf die karte und auf die quests neben die dornrücken ach so die müssen wir natürlich ausschalten das ist teil neben teil hauptquest so wie ich das sehe das machen als erstes bevor wir was anderes machen und dann hoffentlich sind wir auch erfolgreich was das angeht weil die dornrücken sind schon ziemlich miese misst kerle wenn ich das richtig im kopf mittlere mittlere truhe eine schöne rolex haben wir dabei die wahrscheinlich für wenige metallscherben hergegeben werden muss da steckst es gut rein so suche westlich ja dornrücken passt da haben wir diese graser oder was das sind schauen wir mal wie die heißen feuerreißer natürlich natürlich wollte ich doch sagen und dann schauen wir uns genau an schwach gegen schock schwach gegen schock stark gegen feuer aha kann ich hier noch irgendwie durchgehen diese einzelnen schwachstellen also ich würde es gern da unten wird es mir ja angezeigt ach so ich dachte das wäre schock okay frost merkwürdig ich würde unten gern von dem rei auf die einzelnen bestandteile gehen geht vielleicht nicht so frost dann schauen wir mal nein nicht abhauen das war dämlich wieso schieße ich da noch das ist nur munitionsverschwendung na komm für mehr frust wollen wenn man mich fragen nein hör auf zu schießen so ich spreng mal ab so weg mit deinen hörnern wir machen richtig schaden wenn wir genügend bögen haben nein er läuft auf uns zu na also es hat sich gelohnt den bogen abzugraden es hat richtig viel gebracht ja mir ja am anfang so auf den sack gegeben so der braucht noch mal eine ladung mit dem schneeball in die fresse und dann sehen wir weiter schneeball check absprengen hoffentlich aus check nicht bewegen dann treffe ich doch nicht na es ging reißzahngeweih her damit kann gar nicht genug loot aufheben ach ist das schön ja das denke ich auch immer gut reserve loot dabei zu haben so schrotthaufen nehmen natürlich auch auseinander noch einen schrotthaufen heute ist ja mein glückstag fühle mich wie bei den ludolfs so das sind keine neuen bestien wieso ist sie so aufgewiegelt schwach gegen feuer feuerpfeile würde ich tatsächlich gerne früher als später haben so so viel reinholz da steckt man uns alles rein ist voll ist voll ach das schicke ich an meinen vorrat das ist eine geile mechanik ja halt schmau oh nee hör mal auf deine kumpelinos anzustacheln das ist ja cool dass das direkt an den vorrat geht und nicht verloren bleibt ich bin im lud himmel und diesen gleich im roboter himmel mehr oder weniger sechs feile habe ich noch ist er drauf gegangen keine gefahr für uns war da noch einer unten drin anscheinend nicht ist das schön alles können mal einsammeln und ein wildschwein nimm dich in acht ich würde sagen der ging direkt ins auge nämlich nicht ganz seltenes teil dabei was hammer nur wildfleisch seit wann ist das selten na gut ich akzeptiere es so dann machen wir feile nach feile da hammer genug so feier wieder ausrüsten ist doch ganz klar eine wandmarkierung normalerweise konnte man die zumindest im vorgänger scannen ja oder sind halt wegweiser wie auch immer der fokus des weiß dass es jetzt kettenkratz heißt feulnis das ist ein dornrücken oder hat der dornrücken die erlegt wer weißt du schon ist tot sehr schön du leuchtest gar nicht was hast du wildschweinknochen das braucht man doch da oben kann man auch hin zu einem fragezeichen ist wahrscheinlich wieder ganz oben hier ist gerade nicht nach bergsteigen da geh mal irgendwann anders hin wir müssen jetzt endlich mal zu potte kommen und den dornrücken ausschalten oder zumindest versuchen health item brauche ich nicht ich brauche nur loot ja ja schade schade um alle was haben wir hier auch nur eine rolex seid ihr sägezahndinger was seid ihr wühler naja ich bin auch schwach gegen frost so raus aus dem fokus modus rein in den schneeball modus bist du tot? ja jetzt hör auf zu flan gib mal deinen schwanz her ja ja das war überwiegend dramatisch sonst hat das nix gebracht der ist aber zumindest schon schön versteckt nicht für mehr maschinen alles egal alles aufsammeln alles aufsammeln ah da ist ja ein kamerad ja sie ist von frost nicht begeistert ach macht das spaß das ist echt ein cooles system dass ich hier roboter killen kann nehmen wir alles mit Pfeile da haben wir noch neun stück oh kann ich gleich nachcraften brauchen unbedingt eine größere Pfeiltasche einen größeren Köcher so auf zu den Dornrücken die können sich nicht mehr verstecken da oben ist noch ok der östliche schrecken versunkene Höhle ich dachte die haben wir schon entdeckt keine Ahnung vielleicht heißen die hier alle verschollene Höhle oh was bist du und wohin willst du Dornrücken ja das ist ne gute Frage wohin du willst lass dich erschießen ist hier Loot drin oh nee 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 nehmen die immer ihren Loot mit ok da ist definitiv ne Höhle sieht zumindest leicht höhlich aus da ist ein Grünsplitter wir sind eigentlich woanders unterwegs gewesen naja vielleicht markieren wir hier noch schnell was so bist du ne Höhle oder bist du keine Höhle da oben kann man hoch das nehm ich mit für später so den grünen Splitter nehmen wir auch äh grünen Glanz was auch immer da unten liegt was achso das sind einfach Flussbieren die kennen wir ja schon heilende Bieren von mir aus auf zum Dornrücken die sahen gar nicht so gefährlich aus bei dem Namen habe ich mir was Schlimmeres vorgestellt und was ist das hier und wieso ist der golden ich glaube nur normal wertvoll oder ja hier ein Gabelbein vielleicht brauchen wir irgendwann eine Gabel oder ein Bein kann das bestimmt nützlich werden so da unten ist was vorratslager hervorrat äh hervorragend stolperdraht wo überall stolperdrähte ah das ist ehrend was ist immer hi mal sehen was ich tun kann oh erstmal nachlassen äh ja wen denn wo sind sie das war doch zu gut für euch ja da muss das Maul nicht so aufreißen äh da gibt das ist saubere Kabelarbeit hey gut leg sie um wie du willst mach ich auch nein sind sie nicht kostet nur Ressourcen ja das macht mal für die großen Dinger nur drei Stück wieso waren doch gar nicht so viel hier muss ich mit dir reden stolperdraht ist praktisch aber Maschinenjagd ist was für Jüngere komm schon her so alt siehst du nicht aus natürlich bin ich überrascht ja noch nicht lange her haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden und dann tauchten die Wühler auf um den Kadaver zu zerlegen war ja klar dann kam noch ein Dornrücken hier durch ich sag's dir hier geht's verrückt da sind verrückte Zeiten in denen wir leben vermutlich im ganzen Tal wimmelt es von denen dafür müssen nach Westen ja ich denke nicht warum kostenlos wo ist der Haken wirklich solide gemacht jep hab das Design verbessert seit ich von Kettenkratz weg bin hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle ok ist in Kettenkratz irgendwas passiert? wohl eher jemand wieder dieser Ölwund das ist ein bisschen drastisch oder mit etwas Abstand zwischen uns na das kann ich verstehen na gut ich muss jetzt gehen danke für die Stolperfalle während du die Dornrücken erledigst mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet tu das weißt du dass es eine Stolperfallenprüfung gibt komm vorbei wenn du sie versuchen willst äh später wenn ich alles unter Kontrolle habe Aaron ging also nach Süden ja anscheinend stolperfallen erlauben dir verschiedene Arten von Stolpertreten zu platzieren tippe links an während du zielst um den ersten Ankerpunkt zu setzen na das müssen wir noch hinbekommen so Waffenrad hallo die Gegner die den Stolperdraht auslösen nehmen Schockschaden und Schockaufbau was doch ein Symbol ja ja das kriegt man irgendwie raus so Stolperfalle Ankerpunkt Ankerpunkt die letzte noch mehr und ich laufe noch selber hinein und kann ich entschärfen und aufnehmen Wunderbär wir haben es rausgefunden und hier können wir Munition einsammeln ist das nicht schön ein Glück haben wir die nicht alle verheizt für die drei läppischen Gegner da komm schon komm zu mir hast du da oben eigentlich cooles Zeug gehabt ich dachte du willst in die ewigen Jagdgründe gehen da oben liegt tatsächlich was äh ich schau mal du hast alles was du brauchst von oben ansonsten äh Finders Keepers was ist das noch mal Metallknochen und Metallscherben nicht sehr viele Metallscherben zu meinem Leidwesen so ist hier gut so die können wir auch entschärfen damit er komplett ihnen geschützt ist Sammelreinholz natürlich natürlich oder nehmen wir die nein ich bin mir nicht sicher ob wir die aufnehmen so das passt dann lass mal die mal unentschärft unbekannte Stürmerareal voraus dann wollen wir das zumindest mal aufdecken Lagerfeuer auch in der Nähe das ist ja fantastisch boah ich bin immer noch wegen der Landschaft voll am Fangirlen weil es mir so gut gefällt ok was hat der da oben für ein Problem hallo Kollege ich habe keine Schockmunition das schockiert mich stark gegen Soire ui kann ich nicht so einen Stürmer überbrücken kämpfen die gegeneinander also zumindest kämpft irgendwer da oben schauen wir mal ob wir einen von diesen Stürmern für uns beanspruchen können Wildschwein verrat mich nicht so wo haben wir die Steine steigen steigen werfen das war nicht steigen werfen einmal überbrücken bitte ja wir zwei gegen den Rest wie viel Schaden nimmst du denn vielleicht so viel ok warum nicht ausgeschalten noch was noch was noch was noch was nö sieht gut aus na komm her mein Reitier vorwärts in die falsche Richtung ich weiß aber vielleicht haben wir hier noch irgendwas zumindest Lagerfeuer könnte auch hier sein vorsicht der eigene Typ wird doch gleich angegriffen dieser wie gerade Säurepfeile oh ne ich hab den anderen war der andere nicht stark gegen Säure vergrab dich doch nicht bin langsam der ist anscheinend da unten beschäftigt dann reiten wir einfach weiter so Lagerfeuer voraus das ist wunderbar Fragezeichen auch voraus vielleicht ist es wunderbar vielleicht nicht oh Entschuldigung Roadkill komm schon du hilfst gern bei was hatte ich mich vor erstmal looten dann ist er leichter wen soll ich wegschieben den hier nein du liegst auf einer Pranke ok befreien oh Hebelwirkung das mach ich bei so einer Eispackung auch ganz gern wenn die noch zu hart ist dann muss man den Löffel richtig reinhebeln wir sind dir sehr dankbar Retterin äh gern geschehen Aloy reicht schon wieso ich hab die gerettet während der Welt das Titel nicht dein Ding sind ihr seid Gardisten wir begleiten Boadies wertvollen Hintern zur Gesandtschaft wenn wir diese Dornrücken loswerden wir sollten Kettenkratz im Auge behalten dann tauchen diese Viecher auf den ersten hab ich schnell erledigt aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen als er fiel ich hab dir gesagt dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst ja das das macht einen träge ich sollte jetzt wohl mal los halbe Stunde vor dem Kampf kein Essen mehr zu sich nehmen und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst ja ja lass ich keinen auf mich drauf fallen vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen sind wir praktisch im Kampf danke Todessterne äh solche Ninja Sterne Rauchbomben nee danke verwende Rauchbomben um Gegner in der Nähe äh so wie werfe ich nochmal Steine ah stirb glaubt ihr ist schon tot so loot 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 oh nein ein Rätsel um an loot zu kommen äh okay ey Loi was machst du denn ihr habt doch noch keine Ahnung wo ich hin will so loslassen raufsteigen scannen Wildschwein da oben wie kommt es da hin zur Kante fallen ah da und das geht jetzt nicht so einfach na gut wir wissen wo wir hin müssen oh ist Eloy stark einer meiner Lieblingscharaktere aus Spielen vielleicht nach äh ich hab den Namen vergessen ich hab tatsächlich den Namen vergessen scheiße sag jetzt nicht welches Spiel sonst lacht ihr nur ich hab doch kein Schlüsselmodul was für ne Ruine in meinem Haus freut mich nicht dass du es als Ruine bezeichnest komm hier lag doch grad gutes Zeug was gen da Schlüsselmodul in der Ruine schon in der Ruine oder du meinst jetzt nicht schon wieder so ein Mechmist Wildschwein können wir da nicht durch okay wir gehen nochmal rein und erforschen das Ganze kann ja nicht sein dass hier alles geblockt ist das sieht gut aus was bist du vor allem wie kommen wir da rein wir scannen wir scannen und sehen uns um da sind zwei Leute da ist irgendwas wisst mal Bescheid oder so das irgendwas können wir vielleicht bekommen wenn wir hier raufsteigen ja irgendwann kriegt man es hin so Schlüsselmodul bitte nein leider nein leider gar nicht äh ja und nun vielleicht da oben außen hin das wäre aber auch ein bisschen dämlich aber vielleicht von da können wir nach da springen und da kommen wir doch rein also alle Angaben ohne Gewehr aber mit Speer probieren wir nochmal Schieb loslassen so nein du bleib schön hier mal locker nicht immer gleich weg springen dann weiß ich nicht vielleicht ist das ein Schlüsselmodul neuer Datenpunkt ist ein Code für die verschlossene Tür aber ich brauche noch ein Schlüsselmodul scheiße aha aha das bringt mich auf eine Idee ich will nur es den Zugwerfer zu nehmen Entschuldigung Metallklammer kann mit dem Zugwerfer bewegt werden ja natürlich aber von außen wahrscheinlich Modul da ist noch eine Kiste wieso ist es hier alles so kompliziert ja von außen mit dem Zugwerfer von unten mit dem Zugwerfer und nü steckt mal hier drin fest kann ja nicht sein so dann lass uns mal denken auch wenn das bisschen dauern wird äh was haben wir da oben gesicherte Tür okay das ist die gesicherte Tür da ist ein toter Dornrücken da sind keine Daten verfügbar Kiste Kiste ist immer gut wenn wir sie noch aufmachen können na komm Eloy bisschen mehr Elan okay ich glaube wir haben kein Elan ah wir haben Elan ist hier ein Schlüsselmodul drin wahrscheinlich nicht so einmal hier rüber nein Eloy was machst du denn wir hätten es beinahe geschafft achso apropos Kiste ach ich komme einfach noch nicht drauf klar dass hier gerade so viele Spielereien gibt yay ich denke die wird hilfreich sein war es ja schon so bist du ein Schlüsselmodul oh ne ah Springpaste haben wir bekommen äh äh vielleicht da nochmal zurück da oben ist auch noch ein Ding gar nicht gesehen bin es echt nicht gewohnt mit dem Teil hier zu interagieren auf 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 äh keine Pfeile sondern das Ding noch ein Stück noch ein Stück yeah so die Kiste muss natürlich jetzt auch wieder umgeschoben werden ach das ist ein cooles Spiel das ist ein richtig cooles Spiel bis jetzt bis auf das ich will mich nie zur Kante fallen lassen ich will da hoch dankeschön irgendwie haben wir es ja nein was machst du Eloy einfach gerade aus okay ich muss einen Schlüssel für die Tür finden ja hast du gut erkannt so so was an Reittier zu machen mir bestimmt richtig cool ich weiß zwar nicht warum an so einer Wand so eine Klammer hängt aber man kann ja auch nie alles hinterfragen Schlüsselmodul nein leider nicht leider nicht leider gar nicht so hier geht es ja in den Untergrund dann geht die Ruine weiter ja mach den Anschein ich würde erstmal hier das da aufmachen oder uns den Weg versperren indem wir Steine hier reinschütten so etwas mehr Licht hier unten ach so ja gut fürs Licht habe ich das nicht getan was haben wir da bist du ein Schlüsselmodul hallo lass mich mal kurz hier umschauen das sieht doch nach irgendwas aus das ist wieder ein Heer und ansonsten sehe ich gerade nichts merkwürdig muss aber da unten sein oder geht es jetzt oben ne das macht hier keinen Sinn äh bin etwas irritiert Eloy vor dir ist doch was oder sollte es so aussehen weil ansonsten geht es hier nicht wirklich weiter wie geht es hier denn weiter ich habe die Befürchtung im Moment entweder es ist was verbuggt hier drin oder in meinem Gehirn also irgendwie müsste ich doch hier irgendwas machen können aber ich sehe null Komma gar nichts ja klar da ist noch mein Reit hier Säurekanister ich wüsste nicht wie der mir weiterhilft vielleicht hier okay ich komme nicht mehr an den Vorsprung ich muss wohl anders da hoch okay schade dass hier der Seilwerfer nicht einfach sich da einhaken kann sind wohl doch noch nicht so flexibel hier aber sieht das das sieht doch richtiger aus oder vielleicht müssen wir doch da hinten lang die Kiste können wir wahrscheinlich nicht hier hinziehen und hier geht es definitiv nicht Eloy da stellst du dich einfach an okay da die Kiste haben wir auf jeden Fall schon schnell gescannt so ne ich kann hier ich ja das Problem das Problem haben alle Frauen in deinem Alter okay hier komme ich nicht wirklich weiter muss ich da überhaupt rein ich finde das Rätsel das kommt auf jeden Fall auf die Spielzeit oben drauf also so kann man spielen natürlich auch lange spielen wenn man so dämlich ist wie ich und Kiste doch die Kiste geht ja jetzt hier durch die Kiste fällt durchs Loch it goes into the square hole äh ja vielleicht kennt ihr das runter damit ja und dann wollen wir es mal ziehen na also Gehirn hat letztendlich halbwegs funktioniert ja lass los lass los lass los wir schieben von hinten so so kann man doch viel besser arbeiten dann hoffentlich lohnt sich was auch immer hier hinter der Tür versteckt ist okay wo geht's hier wohl hin ja hoffentlich zum richtigen Schlüssel so hoch mit dir hoch mit dir alte Vorratskiste mit Bieren drin hier auf dem Balkon vielleicht das sieht richtig aus das sieht richtig aus ein Schlüsselmodul ah wunderbar und das hat so viel Hirnpower gekostet das rauszufinden jetzt müssen wir wieder rein finden und das soll kein großes Problem sein das war ja einfach hier über die Kiste und jetzt lass mich einfach rein mal sehen ob der Schlüssel passt äh wenn nicht hätten sie ihn nicht da hingelegt man braucht wohl auch einen Code ich hab den Code doch gefunden vielleicht helfen mir die Daten die ich gesammelt hab ja gibts ja ein also Code eingeben äh komm mach das doch automatisch was weiß ich was ich hier für einen Code gefunden hab äh wo ist er wo ist er wo ist er im Notizbuch Datenpunkte äh minimal überraschung anzu aha pr willkommen bei ach das kann doch nicht sein Linse des morgens Linse des morgens äh ne das war es auch nicht Biografien Maschinenkatalog ähm ah hier unten vielleicht ein Tagebuch voller gekritzelter was machen wir mit da Info Update Zero Dawn irgendwas 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 Anordnung Sonnen Griecher Politik okay Zugangscode äh von Sion Lodge und daaaan dann 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 guten Tag Gastname ja wo ist der Code Ed Raute achso shit ich hab jetzt ne amerikanische Tastatur das zählt hoffentlich auch also Ed Raute und dann ist das wahrscheinlich ein Kaufmannsund und ein Ausrufezeichen wieso hab ich keinen Stift und Papier hin also Ed ist bei mir zwei Raute ist die drei das heißt zwei drei das und wo ist bei mir das und ich muss mal Licht in meinem Zimmer anmachen mein Glück hab ich ne Fernbedienung dafür und ist sieben also zwei drei zwei drei sieben eins probieren wir's äh Mensch cooles Rätsel zwei drei sieben eins ich glaub nicht fuck war das ein Kaufmannsund oder war das ein Paragraf Paragraf hab ich gar nicht äh das ist jetzt zwei drei sieben eins auf ner deutschen Tastatur ist das Ed aber bei Q das bringt ja gar nix wir sehen uns die Nachricht nochmal an äh boah ansonsten müssen wir hier mal weitergehen will ja nicht alles auf aufhalten so vielleicht zugangsquot lautet zwei drei welche Tastatur zwei drei das muss ein Kaufmannsund sein nährsymbole hab ich ja nicht Ausrufezeichen ist definitiv die eins Aufenthaltslodge ah bitte verwenden Sie einfach den Code 1705 um auf den Parkplatz dann probieren wir's noch mit 1705 warum nicht 1705 geschafft uh hätte ich nur lesen müssen Ornament aus dem Kleeblätter rauskommt nicht mal vier Blättrigel ist dieses Ding ich krieg sicher später raus was ich damit mache aha hat sich das jetzt gelohnt oder nicht ich weiß es nicht oh es gab 5000 EP und zwei Fertigkeitspunkte hat sich halbwegs gelohnt so da ist das nächste Feuer auf das würde ich zugehen und speichern das reicht natürlich schon wieder für die Episode ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal